Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da war ich müde und hab was zu spät gesehen. Das hätte richtig ins Auge gehen können. Heute passiert mir das nicht mehr. Unsere ganze Flotte ist auf Truckstar Pro von Osram umgestiegen. Auf meine Empfehlung. Die sind nicht nur zweimal so hell wie andere Lampen und strengen deshalb die Augen nicht so an. Die halten auch doppelt so lang. Egal wie holprig die Straße ist. Mein Chef Hendrik sagt, er ist happy, weil er jede Menge Wartungskosten spart. Und ich? Ich bin rechtzeitig und hellwach am Ziel. Und komme auch sicher wieder nach Haus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017